Lass dies unser Bündnis sein. Diese Welten sind dein, und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. Am Anfang waren die Worte. Und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte aufhören, hört die Welt auf. In der Abwesenheit von Raum kann man nicht vorwärts gehen. Wiederhole. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als ich ein kleines Mädchen war, hat uns eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass wir eine Zeitkapsel basteln sollten. Wir sollten Briefe an die Zukunft schreiben, sodass wir uns eines Tages daran erinnern würden, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein. Ich dachte, das sei eine dumme Idee, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber heute bedauere ich das sehr. Also denke ich, dass ich jetzt eine Zeitkapsel machen werde. Sie wird im Archiv vergraben sein, anstatt unter einem Baum. Ich weiß nicht mal, ob sie jemand finden wird, aber... Irgendwie scheint es wichtig zu sein, weiterzureden. Weiterzudenken. Solange ich noch kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Signeität Die S Sehr gut. Du lernst, so wie es deine Bestimmung ist. Aber deine Entscheidungen müssen deine eigenen sein. Deshalb werde ich dich nicht führen, außer wenn es nötig ist. Das ist sicher, dass du das Ding auf dem Weg hast. Ich bin ein Geist, aber ich werde dich nicht auf dem Weg geben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020